Mehr der Ideen, Marco Kolditz hier. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Photoshop Videotraining, in welchem ich euch gerne zeigen möchte, wie ihr eine professionelle Hautretusche durchführen könnt, mithilfe der sogenannten Frequenztrennung. Das klingt im ersten Moment sehr technisch und kompliziert, aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, möchte man eigentlich auf keine andere Weise mehr eine Hautretusche durchführen. Als Beispielbild habe ich mich für dieses Foto entschieden, dieses habe ich in Photoshop geöffnet und dementsprechend liegt dieses Bild in der Ebenenpalette auch als Hintergrundebene vor. Mit dem Rad meiner Maus, also dem Mausrad, kann ich ins Bild hineinzoomen. Das könnt ihr übrigens einstellen über Bearbeiten, Voreinstellungen und hier unter Werkzeuge. Dort gibt es den Punkt mit Bildlaufrad zoomen. Wenn dieser Punkt aktiviert ist, kann man ganz einfach mit dem Mausrad ins Bild hinein oder hinaus zoomen. Mithilfe der Frequenztrennung können wir sowohl die Details im Bild als auch die Farben im Bild unabhängig voneinander bearbeiten. Das heißt, wenn ich diese Haut retuschiere, zum Beispiel die Farben, werden die Details, in diesem Fall zum Beispiel die feinen Poren, komplett erhalten. Als erstes möchte ich mich allerdings erst einmal um die grobe Hautretusche kümmern. Wir sehen in der Ebenenpalette unser Bild als Hintergrundebene und diese Ebene möchte ich jetzt als erstes einmal duplizieren. Dazu klicke ich die Hintergrundebene an und drücke STRG und J. Damit habe ich eine Kopie erstellt. Mit einem Doppelklick auf den Ebenennamen, also Ebene 1, kann ich diese Ebene umbenennen, zum Beispiel mit grobe Retusche. Auf dieser Ebene möchte ich jetzt die besonders auffälligen Hautunreinheiten entfernen. In diesem Fall wären das zum Beispiel diese dunklen Punkte, normalerweise allerdings etwas auffälligere Pickelchen oder ähnliches. Das alles dient natürlich jetzt nur als Beispiel. Und um diese Unreinheiten etwas auffälliger zu machen und besser zu erkennen, werde ich jetzt eine Einstellungsebene erstellen. Dazu habe ich die oberste Ebene aktiv, klicke hier unten auf das Icon für eine neue Einstellungsebene und wähle schwarz-weiß aus. Normalerweise verwendet man diese Einstellungsebene dazu, ein farbiges Bild in ein schwarz-weiß Bild umzuwandeln. In diesem Fall werden wir allerdings etwas anderes machen. Und zwar werden wir den Rottöneregler ganz nach links ziehen und wir sehen sofort, was passiert. Die Hautunreinheiten, das heißt diese dunklen Pickelchen oder dunklen Flecken, werden deutlicher sichtbar. Um das Ganze noch etwas stärker darzustellen, kann ich auch den Gelbtöneregler etwas nach links ziehen, zum Beispiel so weit. Mit einem Klick auf dieses Doppelfallsymbol kann ich dieses Eigenschaftenfenster schließen. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt die Hautunreinheiten etwas hervorgehoben. Insgesamt wirkt das Bild jetzt allerdings auch etwas zu dunkel. Daher werde ich jetzt unterhalb dieser Einstellungsebene eine weitere Einstellungsebene platzieren. Dazu klicke ich wieder hier unten auf dieses kleine Icon und wähle jetzt Gradationskurven aus. Normalerweise kann man beispielsweise mit den Gradationskurven ein Bild auffällen, abdunkeln oder im Kontrast zum Beispiel steigern. Wir sehen hier eine diagonale Linie und wenn ich da einmal in die Mitte klicke und die linke Maustaste gedrückt halte und das Ganze nach oben ziehe, entsteht solch eine Kurve und das Bild wird insgesamt aufgehellt. Ich möchte allerdings, dass diese Einstellungsebene unterhalb unserer Schwarz-Weiß-Ebene liegt, deshalb klicke ich sie an, ziehe diese Ebene nach unten und auf diese Art und Weise befindet sich diese jetzt unterhalb unserer Schwarz-Weiß-Ebene. Mit einem Doppelklick auf Schwarz-Weiß 1 zum Beispiel können wir diese Ebene auch umbenennen, zum Beispiel mit Unreinheiten aufdecken und Kurven 1 benennen wir zum Beispiel einfach um mit Aufhellen. Diese beiden Ebenen möchte ich gerne kombinieren in einer Gruppe, deshalb klicke ich die oberste Ebene an, halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicke die andere Ebene an, zum Beispiel Aufhellen, habe damit beide Ebenen aktiv und drücke jetzt STRG und G für gruppieren. Diese neue Gruppe kann ich ebenfalls mit einem Doppelklick umbenennen, zum Beispiel mit Unreinheiten finden. Mit einem Klick auf dieses kleine Pfeilsymbol kann ich diese Gruppe öffnen und wir finden entsprechend diese beiden Einstellungsebenen innerhalb dieser Gruppe. Ich muss jetzt nur noch auf dieses Augensymbol klicken, um diese Gruppe einmal auszublenden oder auf diese freie Fläche erneut klicken, um diese Gruppe wieder einzublenden. Ich schließe diese Gruppe einmal, lasse sie natürlich aktiv und jetzt werden wir auf der grobe Retusche-Ebene arbeiten, deshalb klicke ich diese an und wähle jetzt das Ausbessern-Werkzeug aus oder betätige das Tastenkürzel J. Mithilfe des Ausbessern-Werkzeuges kann ich jetzt entsprechend die Haut auf dieser Ebene bearbeiten. Wir sehen nach der Auswahl des Ausbessern-Werkzeuges hier oben eine Werkzeugleiste und hier ist jetzt ganz wichtig zu definieren, was wir denn bearbeiten möchten, die Quelle oder das Ziel. Die Quelle ist der Bereich, den ich mithilfe dieses Ausbessern-Werkzeuges auswähle. Zum Beispiel, indem ich jetzt hier klicke und ziehe und zum Beispiel soll ich einen Kreis zeichnen und jetzt sehen wir entsprechend eine Auswahl. Ich habe Quelle aktiv, das heißt ich möchte diese Quelle ausbessern und das mache ich ganz einfach, indem ich jetzt hier auf diese Auswahl klicke und diese irgendwo dorthin ziehe, wo ein Bereich ist, den ich verwenden möchte, um diesen Bereich auszubessern. Zum Beispiel diesen. Ich lasse los und schon wurde dieser Bereich ausgebessert. Das zeige ich noch einmal anhand dieses dunklen Flex. Ich werde diesen markieren, lasse los, klicke jetzt in die Mitte dieser Auswahl und ziehe diese dorthin und suche einen Bereich auf der Haut aus, den ich gerne verwenden möchte, um diesen Bereich auszubessern. Zum Beispiel diesen hier. Und auf diese Art und Weise kann ich mich jetzt durch das gesamte Bild hangeln. Übrigens, wenn ihr die Leertaste gedrückt haltet, verwandelt sich der Mauskursor in dieses kleine Handsymbol und solange ihr die Leertaste gedrückt haltet und mit der linken Maustaste klickt und zieht, könnt ihr durch das Bild navigieren. Keine Sorge, ihr verschiebt das Bild nicht, sondern tatsächlich nur die Sicht darauf. Und jetzt kann ich zum Beispiel diesen Bereich hier markieren, klicke und ziehe, nehme diesen Bereich, klicke und ziehe und auf diese Art und Weise kann ich hier die groben Bereiche bereits ausbessern. Dazu braucht es natürlich auch etwas Übung, damit ihr genau wisst, wo ihr welche Bereiche dann verwendet zum Ausbessern. Und ihr solltet dabei natürlich auch darauf aufpassen, dass sich manche Bereiche nicht wiederholen. Sagen wir zum Beispiel, ich möchte jetzt diesen Bereich ausbessern, nehme zum Beispiel den Bereich von diesem Härchen und lasse los, dann sieht das natürlich merkwürdig aus, weil hier das Härchen jetzt doppelt zu sehen ist. Das mache ich also rückgängig, nehme also diesen Bereich und werde auf diese Art und Weise andere Bereiche hier auswählen und auf diese Weise die groben Bereiche im Bild schon einmal korrigieren. Wie gesagt, normalerweise sind das in der Regel Pickelchen oder wirklich gröbere Hautunreinheiten. Das alles soll auch jetzt nur als Beispiel dienen und das sind jetzt die groben Bereiche, die wir korrigieren. Das ist jetzt die grobe Hautretusche und da dürft ihr euch natürlich etwas mehr Zeit lassen. Ich werde jetzt auch keine komplette Hautretusche durchführen, sondern einfach nur die einzelnen Steps zeigen, die dazu nötig sind, eine wirklich gelungene Hautretusche durchzuführen. So, wie gesagt, ganz praktisch, Leertaste gedrückt halten, durchs Bild navigieren und auf diese Art und Weise sich durch das Bild arbeiten. Ganz wichtig, diese Art der Hautretusche ist keine Methode, wo man einmal klickt und dann ist das gesamte Bild plötzlich schön und die Haut ganz schön glatt und wunderbar. Das bedarf natürlich Zeit und auch Übungen, um zu wissen, wo man wie die einzelnen Hautpartien bearbeitet. So, ich werde jetzt einmal diese Ebene ausblenden. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Vorher, nachher. Auf diese Weise könnt ihr also auf dieser Ebene erst einmal alle groben Hautunreinheiten im Bild entfernen. Das mache ich jetzt allerdings nicht bei diesem gesamten Bild. Ich blende jetzt die Gruppe Unreinheiten finden einmal aus, denn diese benötigen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt beschäftige ich mich mit der Frequenztrennung. Dazu werde ich von unserer bearbeiteten grobe Retusche-Ebene zwei Kopien erstellen. Das heißt, ich habe diese Ebene angeklickt, drücke jetzt zweimal STRG und J und habe damit zwei Kopien erstellt. Mit einem Doppelklick auf die erste Kopie benenne ich diese um mit Farben und die andere Kopie mit Details. Denn mithilfe der Frequenztrennung kann ich dieses Bild jetzt in die Farben und die Details des Bildes aufsplitten, das heißt in diesem Fall trennen. Der Übersicht zuliebe werde ich beide Ebenen jetzt wieder gruppieren. Dazu klicke ich die Detailsebene an, halte die Shift-Taste gedrückt und klicke auf Farben und betätige jetzt das Tastenkürzel STRG und G für gruppieren und benenne diese Gruppe zum Beispiel mit Hautretusche um oder zum Beispiel auch Frequenztrennung. Darin befinden sich jetzt entsprechend beide Ebenen. Die oberste Ebene, die Detailsebene, blende ich kurz aus, klicke auf die Farbenebene und auf dieser Ebene möchte ich jetzt wirklich nur noch die Farben des Bildes sehen und nicht mehr die einzelnen kleinen Details im Bild. Und wie mache ich das? Indem ich das Bild weichzeichne. Dazu habe ich diese Ebene aktiv, wähle jetzt aus Filter, Weichzeichnungsfilter und hier den gaussischen Weichzeichner. Wir sehen entsprechend hier ein kleines Dialogfenster mit einer Vorschau und bei aktiver Vorschau sehen wir auch direkt an unserem Bild die entsprechende Änderung. Ich werde den Radius jetzt einmal ganz nach links ziehen. Wir sehen entsprechend das Originalbild und jetzt ziehe ich diesen Regler so weit nach rechts, bis die einzelnen Details im Bild nicht mehr zu sehen sind. Also ich sollte nicht übertreiben, zum Beispiel so weit, so sind natürlich überhaupt gar keine Details mehr zu sehen. Man sollte also nicht übertreiben, sondern so weit nach rechts ziehen, je nach Bild, dass diese Details verschwimmen. Ich würde mal sagen, hier ist das bei einem Wert von etwa 20 der Fall. So gefällt mir das eigentlich ganz gut und ich bestätige mit OK. Wir sehen also hier überwiegend nur noch die Farben im Bild und keine feinen Details mehr. Und auf der Details-Ebene möchte ich jetzt nur noch die Details des Bildes sehen, aber nicht mehr die Farben. Ich blende also die Details-Ebene aus, klicke diese auch an und möchte jetzt gewissermaßen von dieser Ebene, die jetzt noch alle Farben und Details zeigt, die Farben abziehen, das heißt subtrahieren. Und das mache ich mit Hilfe der sogenannten Bildberechnungen. Ich habe also diese Details-Ebene aktiv, wähle Bild aus, Bildberechnungen und hier kann ich jetzt zum Beispiel von dieser Ebene die Ebene Farben abziehen. Dazu wähle ich als Ebene hier die Farbenebene aus, das heißt diese Farbenebene möchte ich jetzt verwenden und zwar im Mischmodus subtrahieren. Das heißt diese Ebene Farben soll von dieser Ebene abgezogen werden. In diesem Fall werden also die Farben von dieser Ebene entfernt. Ich wähle subtrahieren aus und schon sehen wir hier bei aktiver Vorschau das Ergebnis. Ganz wichtig, unter Skalieren muss der Wert 2 stehen und unter Versetz 128. Das muss man sich einfach merken. Ich bestätige mit OK und auf dieser Ebene sehen wir also nicht mehr die Farben, sondern die feinen Details im Bild. Der Rest des Bildes ist ein mittleres Grau. Und jetzt möchte ich natürlich erreichen, dass wir wieder unser Originalbild sehen. Das heißt, wir müssen diese Ebene in einen anderen Mischmodus versetzen. Den Mischmodus sehen wir hier oben, der steht aktuell auf Normal und wenn ich einmal in dieses Menü hinein klicke, sehen wir die verschiedenen Mischmodi. Mischmodi, um ein Bild abzudunkeln, aufzuhellen oder im Kontrast zu verändern. Und bei diesem Modi wird ein mittleres Grau transparent. Das heißt, es wird wohl einer dieser Mischmodi sein. In diesem Fall lineares Licht. Ich wähle diesen Mischmodus aus und schon sehen wir unser Originalbild wieder. Und ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal hier oben diese Hautretusche-Gruppe ausblenden und wieder einblenden und wir sehen, dass das Bild insgesamt sich nicht verändert. Vorher, nachher. Das heißt, wir haben erfolgreich unser Originalbild in die Details und in die Farben aufgesplittet. Ich kann jetzt zum Beispiel einmal die Details-Ebene ausblenden und schon sehen wir nur noch die Farben im Bild. Wenn ich diese Details-Ebene wieder einblende, sehen wir die Kombination aus Details und Farben. Wir können also diese beiden Bereiche unabhängig voneinander bearbeiten. Ich wähle jetzt die Farben-Ebene aus und ich könnte jetzt direkt auf dieser Farben-Ebene arbeiten und zum Beispiel ein fleckiges Erscheinungsbild etwas korrigieren oder zum Beispiel auch kleine Fältchen abmildern. Mache ich das einfach mal. Ich habe also die Farben-Ebene aktiv, wähle jetzt zum Beispiel das Lasso-Werkzeug aus. Das erreicht ihr auch mit dem Tastenkürzel L. Und damit wir keine harten Kanten sehen, werde ich die weiche Kante hier oben zum Beispiel bei diesem Bild auf 30 Pixel einstellen. Das heißt, die Ränder unserer Auswahl verlaufen ein wenig zum Rest des Bildes. Ich wähle jetzt eine Auswahl aus. Zum Beispiel sagen wir einfach mal diese hier. Gehe auch über die Wimpern drüber, denn wie gesagt, wir bearbeiten jetzt nur die Farben und die Wimpern sind in diesem Fall Details. Und diesen Bereich möchte ich jetzt etwas weich zeichnen, sodass die einzelnen Farben im Bild ein wenig ineinander überlaufen. Dazu habe ich jetzt diese Auswahl aktiv, befinde mich auf der Farben-Ebene, wähle Filter aus, Weichzeichnungsfilter und Gausscher Weichzeichner. Bei aktiver Vorschau sehen wir auch, was passiert. Ich werde jetzt entsprechend den Radius erhöhen, ganz vorsichtig. Und hier in diesem Bereich gucken, nicht in diesem Vorschaufenster. Werde das Ganze etwas erhöhen. Und jetzt sehen wir, dass was passiert. Diese Fältchen werden etwas abgemildert. Und insgesamt wirkt diese Haut in diesem Bereich auch nicht mehr so fleckig. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und ich bestätige mit OK. Und um diese Auswahl kurz aufzuheben, drücke ich STRG und D. Ich kann jetzt einfach mal die Hautretusche-Gruppe ausblenden. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Vorher, nachher. Da müsst ihr natürlich immer etwas experimentieren, wie stark ihr den Radius des Gausschen Weichzeichners einstellt. Auch hier an dieser Stelle einfach nochmal gezeigt. Markieren, Filter, Weichzeichnungsfilter, Gausscher Weichzeichner. Da haben wir immer noch denselben Wert. Das ist in diesem Fall natürlich optimal, wenn die Werte auf beiden Seiten identisch sind. STRG und D, vorher, nachher. Das funktioniert natürlich auch wunderbar mit anderen Bereichen im Bild, wie zum Beispiel der Wange. Wir können allerdings die Farben im Bild noch gezielter bearbeiten, und zwar mithilfe einer zusätzlichen leeren Ebene zwischen der Details- und Farbenebene. Ich habe also die Farbenebene jetzt aktiv, klicke auf das kleine Symbol für eine neue leere Ebene. Diese befindet sich jetzt zwischen diesen beiden Ebenen und ich benenne diese zum Beispiel mit Färben um. Ich befinde mich also auf dieser Färbenebene, wechsle jetzt zum Pinselwerkzeug und kann jetzt zum Beispiel hier eine Vordergrundfarbe auswählen oder mit gedrückter Alt-Taste und per Pipette einfach einen Farbton im Bild auswählen, zum Beispiel hier diesen Hautton. Und übrigens, ihr könnt ganz einfach die Pinselspitze vergrößern oder verkleinern, indem ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, gleichzeitig auch die Alt-Taste und dann die Maus nach rechts oder links bewegt oder nach oben und unten, um auch die Härte des Pinsels einzustellen. Also alles sehr intuitiv. Außerdem werde ich die Färbenebene in den Modus Farbe ändern, damit wir auch tatsächlich die Farbe im Bild besser bearbeiten können. Ich habe jetzt diesen Hautton ausgewählt aus diesem Bereich und möchte zum Beispiel dafür sorgen, dass hier dieser Bereich nicht mehr allzu rötlich erscheint. Auch hier würde ich empfehlen, etwas vorsichtiger zu agieren. Das heißt, bei aktivem Pinselwerkzeug werde ich die Deckkraft reduzieren, zum Beispiel sagen wir mal auf 30 Prozent und male jetzt über diese Bereiche drüber. Hier zum Beispiel auch, kann das noch etwas reduzieren, sagen wir mal auf 20 Prozent. Da solltet ihr auch entsprechend aufpassen und kann jetzt hier entsprechend drüber malen und diese Bereiche ausbessern. Ich kann natürlich jederzeit mit gedrückter Alt-Taste wieder einen anderen Farbton auswählen und zum Beispiel hier drüber malen und die Bereiche ausbessern, die mir hier etwas zu rötlich erscheinen. Kann auch die Größe des Pinsels anpassen, hier ebenfalls und auf diese Weise diese Rottöne aus dem Bild etwas heraus malen und immer wieder mit gedrückter Alt-Taste einen anderen Farbton aufnehmen, damit das alles etwas natürlicher erscheint. Hier zum Beispiel dieser Bereich ist etwas zu rot. Einfach mal drüber malen. Ich zeige das auch nochmal anhand der Lippe, einfach testweise. Ich nehme jetzt hier einen Farbton auf, male drüber, male nochmal und nochmal und nochmal und ihr seht, dass diese Lippe allmählich die Farbe der Haut annimmt. Ich mache das natürlich rückgängig und kann mich auf diese Art und Weise durch das gesamte Bild handeln. Vorher, nachher, vorher, nachher. Achtet zum Beispiel auf diesen Bereich der Nase. Vorher, da ist es etwas rötlicher. Nachher hat es hier schon etwas mehr Hauttonfarbe angenommen. Da solltet ihr, wie gesagt, ebenfalls nicht übertreiben, sondern einfach so weit gehen, bis es euch gefällt und das Ganze auch noch natürlich aussieht. Wenn ihr außerdem Bereiche im Bild etwas aufhellen oder mit Licht und Schatten modellieren wollt, könnt ihr natürlich eine weitere leere Ebene dazwischen packen und diese zum Beispiel mit Kontrast umbenennen und in den Modus Weiches Licht versetzen. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit Weiß arbeiten. Ich werde entsprechend die Deckkraft etwas reduzieren, sagen wir zum Beispiel 15 Prozent und ich könnte zum Beispiel sagen, okay, der Nasenrücken soll doch hier wieder etwas mehr Glanz haben oder zum Beispiel hier könnte ich diese Bereiche ebenfalls aufhellen, auf der linken Seite ebenfalls oder zum Beispiel auch die Augen etwas aufhellen, wenn ich denn möchte und auf diese Art und Weise hier mit Licht noch etwas modellieren. Außerdem kann ich natürlich auch gerne schwarz verwenden oder einen dunklen Hautton am besten. Ich nehme jetzt einfach zum Beispiel mal hier die Farbe der Augenbrauen und jetzt mit einer weitaus geringeren Deckkraft zum Beispiel auch sagen, okay, dieser Bereich soll jetzt etwas dunkler gestaltet werden. Das sieht man kaum, wenn man drüber malt, aber gleich, wenn ich das Ganze mal im Vorher-Nachher-Vergleich zeige, sieht man, dass ich hier tatsächlich abgedunkelt habe. Hier könnte ich zum Beispiel auch einen Farbton der Lippe nehmen und zum Beispiel hier diesen Bereich etwas abdunkeln, zum Beispiel so oder hier. Und wenn ich jetzt einfach mal diese Ebene ein- und ausblende, sehen wir, dass ich hier tatsächlich mit Licht und Schatten modelliert habe. Das nur als weiterer Hinweis. Es sind hier also viele verschiedene Arten und Weisen möglich, um die Farben im Bild zu beeinflussen. Jetzt wechsle ich einfach mal zur Details-Ebene, möchte hier übrigens wieder schwarz und weiß als Vorder- und Hintergrundfarbe haben. Dazu muss ich einfach nur das Tastenkürzel D drücken und schon habe ich schwarz als Vordergrundfarbe und weiß als Hintergrundfarbe. Ich befinde mich jetzt also auf der Details-Ebene. Hier bearbeite ich also nicht die Farben im Bild, sondern nur die Details, wie zum Beispiel auch diese feinen Poren oder diese dunklen Flecken. Hier kann ich ebenfalls wieder das Ausbessern-Werkzeug nehmen, werde jetzt diesen Bereich markieren und ausbessern und auf diese Art und Weise auf der Details-Ebene die Bereiche hier korrigieren, die ich gerne korrigiert sehen möchte. Das heißt auch zum Beispiel so kleine Poren, wenn ich diese komplett entfernen möchte, was ich in diesem Fall allerdings nicht empfehle. Die sind zwar an dieser Stelle recht dunkel und auffällig, aber man kann diese natürlich auch aufhellen. Ich hangle mich also durch das Bild durch und kann auf diese Art und Weise hier diese ganzen Bereiche korrigieren, ohne dabei auf die Farbe achten zu müssen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal diesen Bereich hier nehmen, diesen nach unten ziehen und schon hätte ich jetzt hier diesen Bereich mit dieser Hautstruktur ausgebessert, was natürlich in diesem Fall keinen Sinn ergibt, aber die Farben werden nicht beeinflusst. Andersrum genauso. Ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Bereich mit der Lippe korrigieren, was ebenfalls keinen Sinn ergibt, aber man sieht, die Struktur wird übernommen, aber nicht die Farbe und das ist ein sehr großer Vorteil. Und hier sollte man sich natürlich die Zeit nehmen und sich einfach durch das Bild durchhangeln und auf diese Weise das Ganze hier ausbessern. Außerdem kann ich auf der Detailsebene auch kleine Fältchen ganz einfach abmildern. Dazu wähle ich das Stempelwerkzeug aus, werde den Modus hier oben auf Aufhellen setzen, das Ganze in der Deckkraft reduzieren, sagen wir zum Beispiel testweise mal auf 40 Prozent und unter Aufnehmen muss unbedingt aktuelle Ebene stehen. Nicht aktuell und darunter oder alle Ebenen, sondern aktuelle Ebene, da wir mit dem Klonenwerkzeug tatsächlich nur Bereiche dieser einen Ebene, das heißt der Detailsebene aufnehmen und entsprechend damit arbeiten wollen. Das ist ganz wichtig. Ich befinde mich also auf der Detailsebene, werde den Pinsel entsprechend weicher gestalten, so zum Beispiel und mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt wieder definieren, mit welcher Hautpartie ich eine Hautpartie entsprechend korrigieren möchte. Sagen wir zum Beispiel hier diese kleine Falte. Ich wähle als mit gedrückter Alt-Taste diesen Farbton aus und male jetzt einmal darüber, vorher, nachher, vorher, nachher. Das heißt, bei einer Deckkraft von 40 Prozent ist das schon sehr deutlich zu sehen und es werden tatsächlich die Bildbereiche nur aufgehält durch den Modus Aufhellen. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt hier einen Farbton nehmen, male hier drüber und habe auch diesen Bereich hier, sieht man, vorher, nachher, vorher, nachher, aufgehält. Würde ich das nicht auf Aufhellen stehen lassen, sondern auf Normal, so würden auch die Lichter im Bild beeinflusst werden. Das heißt, ich nehme zum Beispiel hier was auf, male hier drüber und schon würden auch hier die weißen Bereiche, das heißt die hellen Bereiche, mit beeinflusst werden. Und das will man in der Regel nicht, wenn man zum Beispiel Fältchen etwas aufhält. Auch hier könnte ich zum Beispiel diesen Bereich nehmen, male hier drüber und schon sieht man hier vorher, nachher, vorher, nachher, wie ich das Ganze korrigiert habe. Oder zum Beispiel diese kleine Falte. Macht natürlich mir persönlich gar nichts aus, aber zur Demonstration nehme ich hier mit gedrückter Alt-Taste einen Bereich auf, male hier einmal drüber und die dunklen Partien im Bild werden entsprechend durch den Modus Aufhellen aufgehält. Vorher, nachher. Alles ganz einfach. Und noch ein Tipp, falls ihr etwas schneller dunkle Bereiche im Bild aufhellen möchtet, wie zum Beispiel diese dunklen Poren oder auch kleine Fältchen, so könnt ihr dies mit einem mittleren Grau entweder direkt auf der Details-Ebene machen oder, was ich empfehlen würde, auf einer separaten, leeren Ebene, so dass wir etwaige Änderungen jederzeit wieder rückgängig machen können. Das heißt, oberhalb der Details-Ebene erstelle ich einfach eine neue leere Ebene, benenne diese mit Aufhellen um, da ich damit Bereiche aufhellen möchte und erstelle aus dieser Ebene eine sogenannte Schnittmaske. Das heißt, ich halte die Alt-Taste gedrückt, klicke zwischen diese beiden Ebenen, der Mauskursor verändert sich, ich klicke und schon habe ich eine Schnittmaske erstellt. Das heißt, alles, was ich auf dieser Aufhellen-Ebene mache, wirkt sich nur auf die darunter liegende Details-Ebene aus. Heißt, ich habe die Aufhellen-Ebene aktiv, möchte jetzt mit einem mittleren Grau arbeiten, doppelklicke also hier auf die Vordergrundfarbe und werde für Rot, Grün und Blau denselben Wert wählen und zwar ein mittleres Grau, das heißt 128 für alle, bestätige mit OK. Außerdem möchte ich diesen Modus jetzt in den Modus Aufhellen verändern und male jetzt mit dem Pinselwerkzeug und einer Deckkraft von zum Beispiel sagen wir mal 30 Prozent, hier und einem weichen Pinsel einfach mal hier über diese Bereiche drüber und wir sehen, die dunklen Poren wurden heller, dasselbe auf der rechten Seite, ganz einfach. Würde ich jetzt nochmal drüber malen, so würden diese noch heller werden, allerdings sieht das dann schon wieder etwas unnatürlich aus. Außerdem kann ich natürlich mit etwas reduzierter Deckkraft zum Beispiel auch hier diese Fältchen etwas aufhellen, auch hier auf der rechten Seite, wenn ich denn möchte oder hier zum Beispiel bei der Nase und jedes Mal, wenn ich neu ansetze, wird es etwas heller, wenn ich denn möchte. Vorher, nachher, vorher, nachher. Falls ich etwas übertrieben habe, kann ich natürlich auch die Deckkraft dieser Ebene entsprechend noch etwas reduzieren. Wichtig ist hier tatsächlich der Modus Aufhellen. Wenn ich zum Beispiel diesen Modus auf Normal setze und zum Beispiel jetzt einfach mal mit etwas erhöhter Deckkraft, um das zu veranschaulichen, einfach mal hier über diesen Bereich male, so sehen wir, dass hier die komplette Struktur verloren geht. Das heißt auch die hellen Bereiche, nicht nur die dunklen. Sobald ich diesen Modus wieder auf Aufhellen setze, sehen wir, ich habe tatsächlich nur die dunklen Bereiche beeinflusst. Die hellen Bereiche, das heißt in diesem Fall die hellen Strukturen, bleiben erhalten. Tja, und das ist auch das ganze Geheimnis der Frequenztrennung. Es klingt kompliziert, es war jetzt auch ein längeres Video, aber wenn ihr diesen Workflow mal verinnerlicht habt, so versteht ihr auch die einzelnen Schritte und verwendet das in Zukunft eigentlich schon recht blind. Das heißt, wenn ihr mehrere Bilder auf diese Art und Weise schon bearbeitet habt, denkt ihr gar nicht mehr groß drüber nach und wisst vor allem die Vorzüge der Frequenztrennung wirklich zu schätzen, denn damit erreicht man tatsächlich die meiner Meinung nach besten Ergebnisse. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir auch einen Daumen nach oben dalasst. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bearbeitung eurer eigenen Bilder und hoffentlich bis bald! Bis dann! Bis dann! Gallery 5 Bynak Bis zum nächsten Mal.